Was ist die Fachhochschule Lübeck? Wir an der Fachhochschule Lübeck haben die MOOC-Plattform MOIN. MOIN steht für Massive Open Online International Network und ist rein zufällig in diesem sehr leicht aussprechbaren Wort zusammengeführt. Wir haben darauf 15 bis 20 eigene MOOCs. Wir haben 2015 damit angefangen und haben jetzt Stück für Stück in verschiedenen Projekten genau diese MOOCs darauf gestellt. Vor einem Jahr etwa kam Andreas Wilkins zu uns und hat gesagt, ich möchte für meinen Volleyballtrainer, ich gebe Volleyballtraining, Weiterbildung für Volleyballtrainer, ich möchte da auch einen MOOC draufstellen. Ich möchte das gerne in MOOC-Form machen, ob die jetzt vor mir sitzen, ein ganzes Wochenende lang. Und die sitzen wirklich nur, die spielen da nicht. Oder ob die das in den MOOC machen, das macht nicht so viel Unterschied und dann skaliert das viel mehr. Und dann haben wir gesagt, okay, wir kennen dich, du kannst mit Moodle umgehen, wir können dir das beibringen, dann versuch das mal. Und so kamen immer mehr Anfragen, bis wir dann gesagt haben, okay, wir öffnen das jetzt für externe MOOC-Maker. Wir waren da echt ein bisschen vorsichtig, haben da mit Leuten angefangen, die schon unserer Meinung nach ein bisschen Ahnung hatten, haben dann auch viel gelernt dabei. Also vor allem haben wir viele Funktionen runtergenommen von Moin, die wir alle nie benutzt haben. Und wenn man so selber dann MOOCs erstellt, dann immer drumherum klickt und sagt, hier, keine Ahnung, was der Button macht, aber fass den nicht an. Die haben wir dann alle weggenommen, sodass dann quasi die externen MOOC-Maker, die ja nicht wissen, was man nicht anfassen darf, diese gar nicht zu sehen bekommen. Und wir haben nach und nach einen MOOC zu MOOC machen aufgesetzt, der auf der Plattform unter moin-on-campus.de slash moin-maker zur Verfügung steht. Und in diesem MOOC lernt man, wie man Einzelteile anlegt, lernt so ein bisschen Grundlagen, was ist denn so ein MOOC und was muss man da beachten. Und so kommt man in, ich sag mal so ein, zwei Stunden, je nachdem, wie lange man sich damit beschäftigt, dazu, dass man sagen kann, okay, gib mir mal einen Kurs, stellt mir den mal bereit, ich mache jetzt mal so ein bisschen was. Und je nachdem, wenn man schon eine Idee hat und das dann alter ausbaut, kann man wirklich einen MOOC auf moin erstellen und kann uns dann schreiben, okay, der ist jetzt fertig, bitte schaltet den frei. Und kann dann sein eigenes MOOC auf moin durchführen. Kostet das was? So erstmal nicht. Also wir stellen diese Infrastruktur in den Kurs kostenfrei bereit. Und es bleibt auch kostenfrei, solange der MOOC, den man dann veröffentlicht, wirklich offen ist. Jeder darf daran teilnehmen. Wir gewinnen davon, dass wir ein breiteres Angebot haben, dass wir vielfältiger sind und dass wir dann letzten Endes auch neue Zielgruppen ansprechen können, weil das können wir gar nicht alleine mit so vielen Sachen. Und ja, die anderen gewinnen dadurch, dass sie ihren MOOC gut platzieren können. Wir haben mittlerweile auch eine gewisse Reichweite. Ich weiß, im OER-Bereich und im Hochschulbereich ist das nicht mit einem YouTuber vergleichbar. Aber wir können da schon einiges mitbringen. Und so haben wir in der letzten Zeit, ich glaube, ich habe 18 Kurse neulich gezählt. Also der Volleyball-MOOC, da gibt es jetzt schon die dritte Version davon. Es gibt den Wissensmanagement-MOOC, es gibt ein Dorf-MOOC, wo es darum geht, wie man sich in ein Dorf wägen kann. Es gibt den MOOC zur Reformation, der ist dieses Jahr gestartet. Es gibt einen MOOC zu Roofwater Farming, also wo man lernen kann, wie man auf dem Hochhaus in kleinen Gärten was anbaut. Und so gibt es eine ganze Reihe an Kursen, die jetzt dadurch entstanden ist, dass wir einfach mal gesagt haben, wir öffnen das und wir hoffen, dass es nicht kaputt geht. Und es ist bisher nicht kaputt gegangen und wir haben weiterhin so viel dafür getan, dass da nichts passiert. Also wer jetzt Lust bekommen hat und sagt, ich würde das auch gerne mal machen, der kann sich diesen Kurs angucken, kann sich bei uns melden. Und wir freuen uns auf eure Ideen, weiterhin die Welt mit freier Bildung besser zu machen. Dankeschön.